hey und willkommen zu einer neuen da ist kathil gestorben ja und mir geht das nicht offen ich weiß gar nichts gemacht haben ich wollte ich habe ich habe keine ahnung was ich machen wollte aber da einfach so eine neue aufnahme zwischen und ja ich keine ahnung ich will nicht so ein kleines hausmittel bauen vielleicht meine idee erst mal natürlich hier kann ja auch hier übrigens eingeben also mehr so wenn er dick auch einmal brauche hier sieht man blaß briggs und dafür brauchen wir ziegel und nicht okay zusammen können wir nichts anfangen bevor wir nicht aber da hinten steht ja was und dafür war hier erstmal ein bisschen holz weg haben das ist erstmal eine gute idee, würde ich zumindest sagen meine stimme ist immer noch nicht hundertprozentig da aber egal, ich hatte gerade Lust auf meine Kraft ich wollte neben dem Musik mal ganz kurz so weg und jetzt geht es weiter, damit die wunderschönen Bäume fällt das reicht gut und das hier für ein Baum wie bist du denn? irgendwie der Baum ist echt komisch Max Payne 2 so ich bin im übrigen, ob wir jetzt hier schon so eine kleine Bude reinbauen ich mach erstmal ein bisschen Holz hier vorweg hacken sonst wird das sowieso nichts der Schaufel nicht, das wird böt ach ja, warum ist gar nicht so hoch? nicht mit der Schaufel nicht mit der Schaufel also ich pack die Schaufel gleich auf dem anderen Slot wenn das so weitergeht hier der kann ruhig bleiben ja, das hier kommt so weg ich lass mich durch, ich bin Arzt ich lass mich durch, ich bin Arzt ich lass mal das wegschloppen hier hop, 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 hop da ist Kohl die eine schicht erreicht erst mal bis wir uns reinbauen Achja, die sind jetzt schon groß Wecklungen Da kommt Erde hin Achja, achja, die wunderschöne Weltwandminderkraft Oh, Seeds Oh, Leute, das ist jetzt zum Beispiel neu Hemp Seeds So, dann bekommt man einen Hemp Pfeiber und aus Pfeiber bekommst du Rope Coil Ja, dort brauchen wir irgendwann mal Eigentlich braucht man wirklich noch ein kleines Farmhäuschen als erstes Bevor wir uns in den Berg bauen Ich weiß gar nicht, wo ich das denn gerne hinbauen würde Hier vorne so Dafür müssen aber mal wieder die Bäume weg Achja Oh Gott, das sind so viele Bäume Mein Rücken tut weh Pfeiber So Soll er sich auch richtig hinsetzen Wär zumindest mal ne Idee Nicht mit der Schaufel Auge juckt Achja, oh nein Ich bin zu klein Axt Axt Tschüss Habe ich noch ne Ersatzachs dabei? Nein, natürlich nicht Ich mach mal eben ne neue Weil jetzt gehts über kurz Oder nicht, ok Denn wir haben hier also ein bisschen ne Eisen, nicht? Da wollen wir uns mal ne Plumpen So Mach mal ne Eisen Axt Da So, jetzt bist du Baum dran Jo Biss Axt Geht auch schon mal ein bisschen schneller Wo wäre ich damit? Vorne noch die beiden Ganz so wie geht Nein Kuh noch Äh, ja Ist das recht erstmal? Weil dann müssen wir halt logischerweise die Erde auch noch ein bisschen anpassen Das ist mal schön im Terraform 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 Mir kommt fein zu Achja Ein Thema über das man reden kann? Ich hab keine Ahnung Ich klatsche einfach nur Erde Ich bin Der Typ der die Erde klatscht Das ist das neue Thema hier Das ist das neue Thema hier Achja Da brauch ich damit Nächste Reihe Ok Ich hab eine Schaufel Ich hab nur keine Eisen Schaufel gefunden Oh Also aus dem Wald wieder durch Achja, achja Diese wunderschöne Erde Hä? Da wohne ich krank Ich muss niesen Oje Oh, ist das so sorry Ich lebe noch Doch Es wird Nacht weit Terraform bringen wir noch vor zu Ende Das machen wir hier noch Genau Die Frage ist, wenn wir hier so ein kleines Bauern ausbauen, wo wir denn die Felder einbauen.